Final Fantasy 7 Folge 7. Das kann nur was Gutes bedeuten. Und weil wir nämlich gerade jetzt in diesem Augenblick den Reaktor zerstören. Das heißt, es kann nicht schief gehen. In Folge 7. Richtig. Eigentlich ist ja bei den Spielkindern Folge 7 immer so ein bisschen verflucht, aber ich weiß noch eine Sache aus Final Fantasy 7. Wenn man mit irgendeinem Charakter ganz viele Siemer in der HP hat, also zum Beispiel 7777 oder 777, dann macht man 9999 Schaden. Das nennt sich Lucky Number 7. Deswegen kann Folge 7 natürlich nur was Gutes sein. Wie ihr jetzt vielleicht auch sehen werdet, haben unsere drei Spielkinderfreunde Fabian, Nick und Karin ordentlich was drauf. Das hat damit zu tun, dass die liebe Karin ganz, ganz fleißig war. Hab gelevelt. Ja, gelootet und gelevelt. 5000 Gutes und 4 Levels. Ich sehe immer nicht, wo ich lang muss. Da oben. In die Tür. Ach, die Treppe hoch. Okay. Nee, Tür. Und warum ich hier treffe? Weil das letzte Mal doch zum Reaktor auch da lang ging. Echt? Ja. Okay. Wenn du das sagst. Stimmt, das sieht genauso aus wie am letzten Mal. Ja. Deswegen habe ich mich auch gerade ein bisschen gewundert, dass wir schon hier im Reaktor sind. Ja, das ist ein anderer. Ich hatte auch mehrere. Ja, ja, ja. Ich war im Gedanken noch, dass wir draußen waren und im Hotel übernachtet haben. Also den Weg in den Reaktor kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, da waren wir im Zug. Ja, aber wie sind wir denn von dem Zugtunnel reingekommen? Ja, wir sind aus dem Zug gesprochen irgendwo und da waren wir im Tunnel. Wie ihr seht, ist die letzte Folge gerade erst zwei Minuten her. Nein, natürlich nicht. Neue Aufnahmesession. Deswegen verzeiht uns mal wieder, wenn wir ein bisschen schusselig sind. Mit wir meine ich mich. Aber jetzt wollte ich dir was beim Kampfsystem zeigen. Deshalb habe ich das gar nicht gezeigt. Wir haben die Wegekünfte. Mal rechnen. So, hier die Völker runter, ne? Ja. Kampfsystem. Du pass auf. Ich pass auf. Mir ist nämlich was aufgefallen, während ich gekämpft habe. Oh, was? Zu viele? Wenn ich hier auf Angriff drücke, dann steht das hier auf Halt. Ja. Und dann kämpf... Hä? Interessant. Aber warum steht das dann auf Halt? Mir war so, als würden die nicht angreifen, wenn ihr Halt steht. Also ich zeige mal, ob mit der Hand drauf ist. Das seht ihr hier gar nicht, aber... Oh, rechts unten. Neben dem Limitbalken, da ist das... Aber jetzt greifen sie nicht mehr an. Genau, da ist, während ich hier mehr aussuche, wenig angreife. Warten die quasi. Wahrscheinlich ist jeder erstmal an die Reihe gekommen. Genau, jetzt greife ich Carly hier ein. Dann äh... Einfach auf Halt, auf Halt, auf Halt, auf Halt sind die ganz klären Carly, die machen wir alle falsch. Oh gut, dann drücke ich jetzt einfach nur A. Und wenn wir sterben, ist es mal nicht gut. Ja, da... Also wir haben ja noch genug Tränke. Haben wir? Ja, aber ein paar eingesammelt. Hast du auch Zauber geleveltet? Ja, kann man hier nicht auf Zauberlevel, wenn man die öfter benutzt? Aber ja, der war mit DMP zu schade, die... Das Möbel ist ja, bei Final Fantasy X weiß ich noch, wenn man an den Speicherfunk gegangen ist, hat der automatisch alle geheilt und alles aufgefüllt. Aber hier ist es nicht so. Ja, das haben wir schon schmerzlich mitbekommen. Also muss man immer irgendwie ein Zelt kaufen? Ein Witz, ich hab jetzt leider nur ein Zelt. Zähme immer auf, bis ein Boss kommt. Wir können aber speichern, sicherheitshalber, dass falls wir sterben, die das schnell rausschneiden können und dann niemand das je zu Gesicht bekommt. Ja, keine Objekte. So, hier ist gerade ein Speicherfunk. Und? Steht aber nix. War doch eben... Dass die Zuschauer auch noch was Interessantes wissen. Ja, noch was Interessantes? Naja, ich meine, immer nur zu kommentieren, was wir machen, ist ja für die Zuschauer doch schon ein bisschen langweilig. Ja. Es ist verdammt heiß! Wo jetzt? Ja, hier in Wirklichkeit. Achso, im echten Leben. Also im Reaktor wird es wahrscheinlich auch verdammt heiß sein. Ja, ich glaub, ich geb allen mal einen dran. Bis heute in Spendierlaune. Ja. So. Es ist verdammt heiß, also ich fand's vorhin nicht so heiß draußen. Ich hab mir überlegt, ob ich in kurze Hose komme. Und ich wünsch mir den Winter einfach zurück, weil's schon hier unerträglich ist. Mhm. Das ist dein Gesicht von wegen... Erzählst Bullshit, Fabian? Ja, nee. Siehste? Der ist... Der ist... Hä? Der hat auch einen Hitze-Schock bekommen. Was war denn das jetzt? Ja, wahrscheinlich eine Erinnerung oder so. Papa! Oh nein! Ja, als wir ganz jung waren, ist dein Papa ins Handrad reingefallen. Sefirot? Wo ist Sefirot? Wo du nicht mehr kläckst, ist es? Ja. Ich hab's mir vergessen. Ja, das, was da grad stand. Er ist einer von den Soldiers von... Ach ja. Ja, sieh alle! Sehr undifferenziert. Ja. War ja alle daran schon schön schön schön. Und jetzt hat sie das große Schwert mitgenommen. Also du. Ja, ist klar. Ja, ach. Wir stehen kurz da vor. Ich bin nur kurz gestolpert. Kein Ding. Wenn das in einem Film eine Szene wäre, wäre das ziemlich albern, oder? Ja. Von einer da kurz vor mir. So, haben wir's jetzt? Jetzt schnell wieder zurück. Von wem ist... Ah. Hast du so n... Ne, er hat irgendein eingestellt. Bipi bip gemacht? Er hat Bipi bip gemacht, ja. Okay. Ich weiß ja nicht. Ja. Sonst wären sie ja nicht wieder alle rein... des... Wow. Ja, also Maschinen... ... so auch mit Elektrizität zu festmachen. Nein! Du hast reihe. Was heißt das? Ja, keine Ahnung. Verdammt, was ist das? Was die Reihenfolge vielleicht ändert? Weil seine... Keine Ahnung. Ich hab irgendwas gemacht. Ja, Raya hast du gemacht. Ich kann auch nicht gut zaubern, aber... Fabian geht's. Nein, nicht Raya. So, zauber. Du machst jetzt aber Eis, ne? Nicht Blitz. Ja, das ist immer das... Das reagiert so schnell. Hm? Was ist das hier? Na, das ist alle. Achso. Wir haben doch... Unser Blitz mit der... Boah. Siehst du? Fabian hat's draus. Mhm. Kann auch Kari in der Große Brust. Stimmt. Vor allem, dass sie die immer noch so rausstreckt. Oh. Klickstrahl. Mhm. Na, guck doch mal, was das ist. Ja, was? Ach. Ich denk, ich soll jetzt gucken und dann soll ich noch was anderes gucken? Hä? Hä? Du sollst gucken, was wir da erhalten haben und nicht laufen. Hm. Wo ist es denn? Die Eis? Keine Ahnung. Ist es bei... Objekten? Schlüsselobjekte? 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 Ich mach mal fertig. Hm. Wo ist es denn jetzt hier? Äh... Ich hätte gedacht, das ist irgendeine Ausrüstung. Ja. Ja. Aber bei Objekten müsste die Ausrüstung auch drin sein. Ja. Ne, das ist ja... Also... Klick mal auf irgendeine zum Ausrüsten, ja. Ja. Der Materia, meinte ich. Ne. Okay. Das ist ein bisschen unschön, hier ist. Durchschalten. Nein. Ne, auf Materia, Karin! Äh, ich glaub jetzt ist ihm wieder schlechter gegeben, oder? Nein, 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 das ist gut. Stummgegeben? Nicht die Gettlinge? Ach... Fabian, Fabian. Ne, das Gettlinge ist ja schlechter. Ist doch alles in bester Ordnung. Noch einmal auf Materie, dann... Dann lass ich dich nur... Jetzt auf irgendeinen Klingeln, der noch frei ist. Hm. Ich hab keine Ahnung, was das war, was wir bekommen haben. Hm. Aber du hast es auch gesehen, oder? Ja, ja. Ja, ja. So, das haben wir jetzt schon gemacht, ja? Ach... Äh... Das hieß es Klingen Stahl oder Strahl? Ich glaub Strahl. Ist vielleicht ne Attacke, also ne Fähigkeit, die Fabian jetzt bekommen hat, weil er so viel Strom eingesetzt hat. Mhm. Ne, wir gucken. Ob er das attakt hat. Ja. Oh, was ist das denn? Das ist doch genau derselbe Röhrenroboter wie immer. Ne, ich mein die... Die... Die roten Katzen? Ja. Die sehen so ein bisschen aus wie die Avatar-Katzen, die hier hinten auch was haben. Blitz? Ne. Hier ist nichts. Hm. Aber... Fingen trotzdem alle Blitz ab, oder? Ja. Was? Ne, was? Blitz? Ja. Ja, aber das kostet MP. Und wenn dann jetzt ein Boss kommt... Dann haben wir eh nur Hälfte der HP und werden wahrscheinlich sterben. Gar nicht. Ich hab doch so gut geladelt. Dann mach's doch mit dem MP doch auch nichts. Ja... Aber nein... Aber ja. Hm. Okay. Gegenmittel! Gegen was? Weiß keiner. So, jetzt... Muss ich das denn hier raus? Ja, würd ich sagen. Du kannst auch speichern. Find ich? Schon wieder? Wenn's unseren Zuschauern nicht nervt. Ich kann nicht! Achso, ich muss das Ding jetzt jetzt schreiben. Ach... Karin hat sehr viel gelevelt. Ja, ich hab endlich gespeichert zwischen euch. Mutig? Na ja, das war nicht keine Schweinwege. Das war ja alles nur so. Achso. Ja. Achso, ich wär jetzt durch die Tür gegangen, oder? Das ging nicht. Achso. Wundert mich, dass diesmal gar kein Timer kommt. Ja, mich auch. Normalerweise... Also normalerweise... Also nicht, aber im ersten Mal waren da da ein paar Sekunden, oder? Ja. Und da ist dann auch noch der Skorpion-Roboter gekommen. Genau. So, du willst jetzt also, dass ich hier 2 bin. Genau. Jetzt... Wollen wir mal gucken. Dann gehen nämlich 2 gleich kaputt. Aber wie viel MP hat ihn das jetzt gekostet? Einer geht kaputt. Äh... 8? 4. Ok, 4. Bitte 4? Ne, er hatte eben 32.38. Was ist mit ihm los? Er ist grün! Na, vergisst du? Scheiße. Na, guck mal. Er hat aber nichts verloren. Mhm. Vielleicht hat er... Wenn wir ihn jetzt nicht gekillt hätten, wäre er... Giftmüll. Giftmüll! Yeah! Den wollte ich schon immer machen. Was zur Hölle? Wahrscheinlich kann man damit nur Giftwaffen, oder so. Nein. 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 Aber... Ja? Ist es sowas wie Granate, dass du im Kampf das Item benutzen kannst? Also Granaten kann man benutzen. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich es auch... So, guck mal, da ist dieser sinnlos rausströmende Dampf, den es immer im Film gibt. Der halt überall rausströmt, aber kein interessiert. Atmosphäre, Karin. Atmosphäre, aber ist doch Quatsch, wenn da überall Gas rausströmt. Ist doch irgendwann alle. Oder so. Vielleicht ist es auch... Der Luftdruck ist zu niedrig, oder nicht Lüftdruck, aber der Druck vom Gas. Vielleicht ist es auch nur ein Entlüftungsventil, was heißen Wasserdampfrost transportiert von den Tubinen. Also... Ich auch nicht. Ja. Da waren wir ja noch nicht. Ja. Dann sind wir ja die Rutsche vorhin runtergekommen und da müsste eine andere Auskunde sein. Ach stimmt, sind die Rutsche runtergekommen. So kommen wir da nicht. Da strömt auch dein... Ja, okay, das ist ja ein Kessel. Aber im Film geht es immer so Gänge mit ganz... Lass das ein Kessel? Nein, das hier... Na, das ist das große Gefäß da. Aha, und warum kommt dann aus dem Rohrdampf runter? Ja, weil das ist ein Schacht. Das ist logischer, als dass es aus dem Schornstein kommt. Weiß ich nicht. Ich kann mir die groß aufhegeln. Aaaaah. Und du hast auch noch nicht rausrufen, wie man wieder dieses Zeigen, wo Türen sind, aktiviert. Hab ich nicht. Äh, jetzt frag ich dich jetzt. Nee, hab ich nicht. Ah, okay. Ja. Jetzt haben wir hier wieder... Uppa, Limit! Was war denn dein Limit? Ach, das war einfach dieser Schlag, der eigentlich nichts gebracht hat, ne? Nee, nee, das war das mit dem, äh... Pass auf. Ach. Yeah! Ja, jetzt bin ich nochmal gekommen. Achso, yeah. Mach mal yeah. Faust-Tage, sag ich doch. Mit den Schlägen, die nichts gebracht haben. Oh, guck mal! 111? Ja. Was willst du mehr? Das hat Fabian an drei Leuten gemacht mit einem... Ohne Limit. Dann ist ja eine Frau. Stimmt. Ja. Was ist Fabian oder Carmen? Ja. Ja. So. Ist auch nichts. Sie liegt ja nirgends heiß. Ich weiß es nicht. Wozu gibt's die Gänge, wenn da nichts ist? Ja. Bei Final Fantasy 10 war es ja weniger so, dass man in jeder Ecke irgendwas gefunden hat, wenn ein Stein so ganz auffällig aussah. Selbst wenn er unauffällig aussieht. Aber was jetzt oben am Fahrstuhl auf uns wartet, sehen wir in der nächsten Folge. Machen wir mal ein bisschen kürzer, solange wir noch nicht gefehlt haben in Folge 7. Mhm. Okay. Gut. Aber vielleicht haben wir ja gefehlt, weil wir nicht gefehlt haben. Das war unser Fehler. Oh. Sehr schön. Ja. Na gut. Aber... Failt uns mal weiter. Mhm. Ob wir das so wollen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.